Hallo, ihr seid ja wieder richtig beim U-Hör von Via Medas. Wir schauen uns heute Beat Crash an. Das ist ein Spiel aus dem Oculus Store. Das Spiel dürfte schon ein paar Jahre alt sein. Das ist relativ alt. Ich glaube, das war vor Beat Saber. Das war eines der ersten Musik-Rhythmspiele vermutlich sogar. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe gesehen, dass ich das noch immer habe. Ich habe schon so viele uralte Spiele gekauft, die ich nicht weiß. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern, dass ich das noch niemals gespielt habe. Gut, aber wir schauen uns jetzt einmal an, ob das was wert ist oder ob das nichts wert ist oder wie auch immer. Passt, wir gehen einmal ab ins Spiel und los geht's. So, wir befinden uns hier in Beat Crash. Das blöd ist ein alter, aha, die junge Dame dahinter ist. Schaut eigentlich recht gut aus, so von links her. So, was haben wir denn da? Das Deutsch, Language Party, Language Crash. Okay. Musik. Da können wir da alliert auswählen. Okay. Und dann nehmen wir da einfach mal irgendein Label. Das Sternbild schaut recht gut aus. Start. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Start. Okay. Schaut okay aus. Also nichts aufregendes. Zwei schöne Hände. Okay. Adjust the size of the touch area. Okay, da kann man das. Touch area. Ja, ich probier's ein paar Mal. Halt. Das ist mal zu weit weg. Okay. Aha, okay. So. Warte, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. anie Hände. So richtig gefügelt. Die Idee ist es noch einmal nicht so schlecht. So, jetzt haben wir auf einmal einen Hammer. Die Bomben dürfen wir nicht erwischen. Also ich finde es jetzt einmal nicht so schlecht. Es kommt natürlich zu kein Bietze. Aber es ist trotzdem lustig. Wob ist doch der Batista so anstrengend. Die Bomben ist ein bisschen schwierig. Das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Aber das geht in die Hände, das kann ich sagen. Keine Ahnung noch, warum der jetzt leicht ist. Ich habe gar nicht die Bomben weggeschlagen. Also am Anfang habe ich mal gesehen, da muss man das Feld richtig einstellen, wenn wir in so einem Bereich die Bomben kommen dürfen. Jetzt wird es aber anstrengend. Jetzt wird es aber anstrengend. Entschuldigung, dass ich nicht vorvollrede, aber das ist jetzt richtig anstrengend. Jetzt bin ich beteiligt, dass das fertig ist. Also es war nicht so schlecht, muss ich sagen. Es war richtig gut. Anstrengend. Anstrengend, wirklich anstrengend in die Fingern. Puh. Schauen wir weiter. Nehmen wir mal was anderes, und schauen wir mal. Jetzt ist das Feld da vor mir. Da kann man es jetzt runter und runter setzen. Da muss man es ein bisschen klein machen, es wird nicht so anstrengend. Ein bisschen hinterher. So, was kommt denn da jetzt? Jetzt ist es ein bisschen höher. Jetzt ist es ein bisschen höher. Jetzt ist es ein bisschen höher. Also wie man sieht, das Halbwechsel in den Rahmen macht es gut. Früher war es so hoch. Da kriegst du die Handkrämpfe. Das sind zwar die Farben auch noch. Ich schaue gut, ob da irgendwo war. Aber ich habe ja keine Farbe. Und das ist auch immer gut. Also kann ich da alles treffen, das passt schon. Außer die Bomben. Man braucht keinen Schlagen. Eigentlich nur in die Richtung hinhalten. Aber es macht viel Spaß, wenn man schlägt. Was mir aber vorkommt ist, wenn ich da früher den Hammer kriege, da tue ich mich eigentlich schwerer. Da halte ich immer mit der Faust direkt als ich mit dem Hammer. Und da auch das Schwert ist irgendwie schwierig, als wenn ich da mit der Hand direkt habe. So, das ist halt morgenspart. Zeitungsstudium war auch gerade vor einer Stunde. Dann wisst ihr eh wie spät es ist. Aber ich habe gesagt, ein paar Videos müssen zwischendurch sein. Was das Spiel kostet, kann ich auch gar nicht sagen. Weil das habe ich wahrscheinlich schon mit der CV1 gekauft. Und dann geht es weiter. Also wenn einer Krämpfe haben will in der Hand, dann hat er mit dem Spiel absolutes Top. Klick. Tuck. Tuck. Du kommst los zu mir. Ach so. So, dann probieren wir noch was aus. Jetzt wird es weiter. Anstrengend. Was haben wir denn da? Strand. Das dauert nur zwei Minuten. Ich glaube das nehme ich. So, nochmal kurz probieren. Das Feld ist wieder vor mir. Passt. Schauen wir was jetzt kommt. Und wieder die Stahner. Die Stahner. Puh. So, ich möchte noch was ausprobieren. Zurück in den Waiting Room. Was haben wir denn noch? Das Dunkle. Das probieren wir jetzt auch noch für ein paar Sekunden. Das schaut jetzt recht gut aus einmal. Zur Abwechslung. Schauen wir was jetzt kommt und wie das gleiche ist. Das kommt gar nichts. Wohl. Die Zeit läuft. Sterne. Mit den Schwertern hat man eigentlich nur den Vorteil, dass man eine größere Angriffsfläche hat. Das ist jetzt ein bisschen kein Motor, weil der Sterne gerät aber kommt und die nicht so hoch auf der Hütte muss. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Der nächste noch aus. Und dann kommen wir ja schon zu einem Fazit. So, das habe ich gerade gehabt. Das haben wir ja auch schon gehabt. Das habe ich noch nicht gehabt. Das habe ich noch nicht gehabt. Das habe ich noch nicht gehabt. Das mit dem Stiefel auch noch nicht, glaube ich. Nein, das ist neu. Okay, das können wir schon. So, wenn du jetzt besser. Also der Takt und das zu den Würfel, das passt gut. Die Bomben kommen etwas. Aber das Level gefällt mir. Die Musik gefällt mir auch gut. Die Musik gefällt mir auch gut. Wie ist das? Ja. Wie ist das? Die Musik gefällt mir auch nicht. Wie ist das? Oh, jetzt kommen wir so wieder hoch. Also, es ist nicht schlecht. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wenn es schon Bietzeeva gibt. Ich vermute, dass das Sprühfutter Bietzeeva-Zeit war. Okay. Reicht jetzt einmal. Schauen, ob es noch etwas gibt. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht gehabt, oder? Oder schon? Das glaube ich noch nicht. Anspruch immer noch. Das habe ich noch nicht gehabt. So, schauen wir noch einmal. Ja, ist neu. Passt. Oh, was anderes. Das gefällt mir. Richter Fuchs. Ach. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, die Minuten rücken jetzt auch noch durch So, die Minuten rücken jetzt auch noch durch So, ich glaube, jetzt kann ich noch heute gut schlafen, weil meine Hände spiele schon bald nicht mehr Weil das mit den Bomben, das ist immer oft so schwierig Die kommen oft so blöd, dass ihr dann kaum zwischen diese ganzen Schablonen da unterscheiden kannst Jetzt sind die Spülchips ziemlich wild Oh, 8 Sekunden noch Wie seh ich mich am Ende Also jetzt tun wir die Hände weh Gut, ich hätte gesagt, das war's Jetzt muss man mal irgendwo weiter tanzen kommen Ich lau möchte erhoffen So Es schaut ja so nicht so schlecht aus Perfekt, gell? Gut, das war's für mich Für heute Ich glaube, wir haben alle Sachen durch, die es da gibt Das ist da noch Musik Da ist nix Mir kommt auch vor, dass der Spül nicht fertig ist Mir kommt vor, dass der Spül nicht ganz fertig ist Also wo das schon so alt ist Sprachen habe ich schon geschaut, da ist leider kein Deutsch dabei Ok Das war's Kommen wir wieder Auf ins Fazit So, jetzt sind wir hier zurück Beim Fazit Ja, was soll ich sagen Es ist nicht schlecht Es sind gute Melodien Es fühlt sich gut an Die Grafik ist nicht so gut Zum Teil halt Dann Es ist Unfertig kommt mir vor Weil der Spül eigentlich schon alt ist Aber da sind Menüpunkte dabei Die gibt's gar nicht Ja, was soll ich sagen Also Das Spül kriegt für mich auch so So mitten drinnen Weder nach oben noch unten Aber es ist nicht so schlecht Also man darf jetzt nicht schimpfen Man kann sich das mal anschauen Es hat auch gute Bewertungen eigentlich Vielleicht habe ich es nicht ganz richtig gespült Aber es ist gut Es ist sehr anstrengend Dass wenn die von oben oben gekommen sind Diese Steine Die ganze Zeit die Hände oben halten muss Also wenn du einer Gute Fitnessübung haben will Das Spül schafft es auf jeden Fall Also ich glaube Wenn du das eine halbe Stunde durchspielst Dann tut dir die Arme schon schön mehr Gut, passt Das war's von mir heute wieder Das war Beatcrash Bitte einen Daumen nach oben Bitte ein Abo da lassen Danke, Tschüss, Papa